Du musst auch schon ein zweites machen. Achso, hast recht. Kein Käffin. Ich brüchte über Alkohol. Mit Milch und Zucker. Mit Eis natürlich. Wir machen gleich weiter. Wollte ich gerade sagen. Okay, habe ich gesagt. Noch mal. Setzen Sie sich. Bitte schön. Wo ist Ihr Problem? Und er ist bis heute nicht wiedergekommen. Wollte ich Waffe kaufen? Ich habe neue, gebrauchte und geklaute und und und. Da fehlt noch etwas. Was fehlt da noch? Okay. Kann ich hin? Ja, da haben wir das Angebot. Scheiße. Das war ein Angebot. Scheiße. Da ist jetzt besser. Ja, hier haben wir das Belanpaket für Anfänger. Käffchen! Käffchen! Ne, wahrscheinlich. Käffchen! Nochmal! Ich muss die Augen zumachen. Hä? Äh, da hast du mir gedacht. Ich weiß nicht. Käppchen! Ähm. Bei meiner Rechnung. Ach ja! Du hast noch ein Käppchen. Was hat die Pfeil gemacht? Das ist ein Katsch. Oh, Scheiße. Nochmal. Warte. Wir müssen das nochmal machen. Darf es noch ein Käppchen sein? Oh. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ach Mensch. Darf es noch ein Käppchen sein? Oh. Oh, ich meine Fußzeit. Hier, ich loshle. Was anderes mache ich jetzt nicht mehr. Kann nicht mehr schreien. Bis zum nächsten Mal.